normal war schon einer oh verdammt die hast du nur durchgeflogen haben noch ein hab ihn der ist tot da hat er mir fast die hälfte vom leben könnte ich mal ein paar mehr zombies umbringen dann level ich dann kann ich selbst noch schneller ausmachen das ist überhaupt kein problem proxie was macht ihr da draußen eigentlich ja ist überhaupt kein problem proxie das sonst jetzt mal nach hause ja ich komme die lasst uns mal nach hause ihr wart gerade fast bei uns ja wir haben noch felder gefunden oder wollte nichts zu essen haben ich bin hausfrau von ihr war 200 meter von uns weg ja da waren aber felder zu essen ja ja wie willst du ein feld essen deswegen holen wir jetzt die sachen ah ja das schaue ich mir gleich an wir mussten ja dem komischen typen ausweichen hatte da nicht unbedingt lust drauf das ist so im leben wenn einer von unten kommt dann bist du dran muss aber nicht sein alter schwierig 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 ausrufen zeichen schwierig bei jürgen alleine hier sind drei baustellen ja also hier leine müssten eigentlich genug beton und kappelstons zusammen bekommen man hier schon rüber apropos ich mach mal mal laut noch mit dann kann ja da kommt man rüber wenn man ja nicht so genau schön groß an jack also es hat da garantiert jetzt auch gehört ja dann ist ja nicht schlimm herzlichen willkommen morgens falls da ist es hier dann schön auch mal jack genau falls das nicht gehört hat schönen grus oder es ist wieder der 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 kursing von jack hier der nicht dringend dass kann nur jackser da steht dankeschön ist so ich hab so mies ich hab blut die schuppzombie und der ist jetzt hier mal etwas ich denke du wolltest nach hause und wolltest ja bin ich bei aber warum und ich nicht ja das ist so die frage wieder kalt das hat noch jemand holz ich würde hier die behausung mal anfangen damit wir ja wenigstens mal das war keine gute idee mit dem campfire da wollte ich nämlich die wand hier machen kannst du so viele bäume ein bisschen als habe ich noch setzte campfire mal dahin da steht schon ein bist du blind ist auch einer also ich bin in dem alten zuhause ich weiß es nicht wo mein altes hause ich bin völlig falsch gelogen ich habe mich jetzt gerade irgendwas von den leuten ich wollte jetzt bestimmt gerade mir ist richtig kalt und ich verliere richtig richtig energie das ist schlecht ich habe auch lust dankeschön da waren wir zwei kämpfeuer drauf und dann ist die sache gut du siehst dass das schon eins ich habe ich habe kartoffeln da ist eins der pfeile der letzte self ist auch offen also das war es wohl du bist die jenseits von gut und böse und aldo ist schuld ja sechser pistole da hier kämpfeier kann ich dadurch gehen ja ich gehe erstmal zu den anderen zurück und dann werde mich mal ja draußen ja die passbar nebenan ist auch fertig da ist noch ein safe drin falls du mit deinem vorschlagkammer zeit hast der ist kaputt hat jemand forged iron dann könnten wir schneller die saves aufschlopfen ja das ist richtig hochkönig war mit dem zerschlagen von ich bräuchte nur mal einen schluck wasser oder sowas äh ich kann mal da hier wir können auch schlumpfbeerenkuchen machen ich habe schlumpfbeeren gepackt ich habe schlumpfbeeren gepackt bei 57 leben bin ich aber jean hat oben kartoffeln eingeschmissen aber zähl mich sofort das wird nicht in so eine komische zitat reihe hier reingesetzt oder zitat reihe du meinst du wirst ein meme es gibt nie es gibt irgendwie so eine so eine so eine befehle die man da immer machen kann mit code oder code oder ach was weiß der geier und dann tauchte mal irgendein zitat von irgend so einen beschissenen auch was man nie meint ernst meinte also feuerachs und spitzhacke gebe ich bei dir in auftrag das hört sich wirklich falsch an also wenn wenn du mal mit dem auto in dem spiel nicht fahren kannst müssen wir einfach nur ausrufezeichen lenkstange bei dir eingeben genau es ist immer die lenkstange defekt ich brauche noch mehr holen das ist immer das lenke stänge wie groß willst du das ding hier noch zimmern zitat cap ich habe eier wir haben ja erst drei schlafsäcke hier hier sind immer ein paar leute mehr ja wir können bei mir ein bisschen dauern dass ich da habe ich bin ich habe ich habe 31 und das obwohl ich diese komische mantel immer noch da ist ich werde sterben das ist mein schlafsack das ist muckis schlafsack ist im weg jetzt mal eines wir sind jetzt in der in der in der schneewüste ja ich kenne mich aus in der schneewüste und da gilt nur eins gehorsam ja und hör auf zu jammern und arbeiten lass die da die kann man nachher noch verstärken glaube ich oder ich bin aus der stadt oder sagt dann haben wir mehr platz hier ist okay doch doch ich begrüße dich schön dass du das zu hier zu mir von der weltbeschutz verlängern schönes schöner deutlich sprechen toll alter ist es richtig wir müssen hier was bauen dass das und dass wir uns drin werden können ja deshalb brauche ich ja noch holz ich habe holz 269 reicht zwar nicht aber 200 ist besser als nix also 60 70 frames brauche ich noch na fremd kann ich dir welche geben okay das ist gut ich habe knapp 50 das ist die perre wir müssen hier oben noch 1,2 campfire machen einfach zum hetzen heizen dankeschön kein problem dann machen wir mal eine knappe decke aldo hält abstand weil du dich entbehren willst hast du es gemerkt also das wäre schön wenn mir jemand entgegen kommen könnte ich bin wirklich langsamer jetzt jetzt am nächsten warte 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 ich komme sofort wieder zurück aldo halte durch ich komme ich muss bloß hast also das hört sich auch falsch an jetzt hör doch mal auf köchig seitdem das hört sich jetzt alles falsch an was ich sie sage okay endlich endlich bricht der stahlharte anführer aus dir raus ja naja was soll das denn heißen ich habe ich habe gerade nicht so mitgekriegt was brause gesagt hat also also ich muss keine wahl stechen um die zu gewinnen ähm also mein mein neun ich komme lass was liegen ähm wo ist denn hier das ganze essen hin wir waren doch vorhin 16 äh schau mal in die kiste das ganze direkt unter dir ach hier ist ja noch eine kiste also wenn du mir entgegen kommst ich habe genug essen mit ja ich auch aber 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 das problem ist es ist keine es ist kein schenkenspeck mehr da kein richtiges essen ne das habe ich alles mit achso warum hast du alles mit äh wir müssen eins höher glaube ich ja weil ich das aus der alten base mitgenommen habe achso ich geh nochmal ein bisschen holz klopfen außer du möchtest heute nacht nichts essen doch ich brauche unbedingt was zu essen ich habe 39 ist meine stamina ja ich bin auch ziemlich unten im essen ich brauche hier dringend was zu essen äh im dingsa sind oben sind wenigstens kartoffeln nimm die genau im lagerfeuer am löch oder auch in der kiste direkt unterm lagerfeuer ja genau und es sind auch noch ähm wie heißen sie kein holz mehr scheiße ähm ja ich komm eidelbeeren stumpfbären da genau hallo aldo oh hi ich hab nur noch 25 äh wir müssen glaube ich eine baumfarm machen warte poxy holz ja poxy hier äh ihr das könnt ihr auch besser gebrauchen dankeschön aber lass äh lass bitte noch eins die sachen zu essen da bitte wenn ich jetzt geh ich komm jetzt auch also die safes müssten jetzt alle offen sein ja ich äh ne ich glaube äh hinten am ende der hinten hinter der kasse links so noch einen so und so das reicht dann erstmal okay äh eugen in welcher cap ich hab das noch 47 äh die kiste unterhalb vom lagerfeuer ja das ist richtig äh das werde ich jetzt auch machen ich hab hier noch punkte zum äh zum vergeben und dann werden wir mal welchen ja die sind auch dann ist das wahrscheinlich erstmal zum überleben hier wer ist ein von euch in der base also in der neuen ja ich zurzeit obendrauf der cap ich nebendran der capriert nicht der zittert vor wut genau so ist es ich hab noch äh snowberries falls jemand essen will es ist einfach zu einfach geworden hier zu einfach deswegen äh zitter ich vor wut völlig richtig abwarten mein lieber cap abwarten das ist takt 2 der helft zweiteneifach und ich bin noch nicht gestorben also bitte ja ich möchte bitte vor 22 Uhr zuhause sein wir könnten campfire auf den boden legen wer drauf geht wird schnell warm ach viert raus alter ok ey das ist aber nur was für profis ne ich wollt grad sagen ja da muss das richtige timing haben bestimmt schon dann musst du erstmal ein komplettes hci überleben und dann dich ins campfire stellen sonst ergibt das alles keinen sinn hat das denn je sinn ergeben was wir hier tun nee willst du darum geht es hier auch nicht nicht nein naja irgendwie war das mit den frames ne super idee aber nicht wirklich ich hab hier oben schießen gelernt von daher passt das doch das mache ich nie wieder wie gesagt wenn ich ich darf das ja ruhig mal erzählen beim ersten hci das kann man auch richtig sehen wie ich in mein inventar suche ich habe gehofft ich finde nägel und ich wollte erst noch ein schild schreiben ist das wirklich alles und 5 minuten später gehe ich rufe hierzu und wird von der alten gelegt weil du mit dem knüppel also weil du nacken eigentlich wollte ich dir eine tür hin machen genau und ich wollte noch sowas fieses da reinschreiben Alter ich bin nicht da nicht runtergegangen mehr hast du noch frames äh kommt man ja kommt man eigentlich jetzt hier wenn man spawnt noch raus nicht dass man den festpackt weil die nur zwei hoch ist äh zwei hoch reicht sollte eigentlich reichen theoretisch dann machen wir hier jetzt ein bisschen breiter damit man hier platz haben für die forges ne oh oh mein ja nur proxy denkt groß ja proxy denkt mal wieder riesengroß nö lieber so als forges ihr habt es gehört oder ja 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 das fand ich auch gerade so ein bisschen überlegen also forges ja das ist 1 plus x ne plant er jetzt die tag sieben base oder die tag siebzig base ich weiß es nicht sieben siebzig du willst ich habe mit proxy gespielt du willst nicht überlegen was er an überhaupt schon an tag 40 für ne base haben will ja genau aber man kann ja nachschauen was wir schon an tag 14 für ne base hatten warte mal warte mal was er noch alles will mit torres und so nein heute nicht dreimal schwarzer kalter wir haben den loot bei uns ein bisschen erhöht was stein holz und sowas angeht damit wir auf jeden fall wieder material kriegen um eine eigene base zu bauen und proxy wird sich primär um den basebau kümmern und die anderen müssen dafür dann blutraben ja ich sagte ruhig bluten genau bluten bluten nicht bluten also jack hat das meines erachtens noch ziemlich richtig erkannt wir sollten wahrscheinlich hier mal gucken wenn hier noch punkte übrig sind in insolid zu gehen das war vielleicht ja vielleicht eine idee ja also eine 6er pistole ist in der kiste zwei punkte cool du kriegst ja auch noch perks auf gezogen wenn du in der kälte bist selbst hier wird das mit dem spring nichts ja das ist alles ja deswegen das mach ich doch auch nicht wenn ich insolid bin oder dann zieht er mir noch nichts ab guck das ist schon wieder das ist ja auch egal das ist ja das ist ja auch auch pilze bräuchten oder das sind zumal browser alle safe sind offen ja ich komme erscheine äh zombies gehen einfach in das Haus rein solange du es bist darfst du gerne auch kommen das war eine ansage würde ich sagen das war eine einladung ich sehe ich sehe ihn jetzt schon wie er sich die milch übers gesicht kippt in real life weiter und dabei leichter haben wir schon 22 uhr ja 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 natürlich irgendwo auf dieser welt ist es schon zu also ja ich mach dich heute zum glücklichsten mann der welt alter der braucht uns wirklich der ist wirklich nicht lass mich raten du hast irgendwas für seinen knüppel ja und zwar was heißt es hast du ein geburtstagsgeschenk für ihn ist das schlecht er macht mich heiß Mairi war noch kurz weg nimm auf 22 ah danke kann es noch falscher werden vor allem die monstik hört sich auch so falsch an burning shaft mod also ein ja genau ein heißer stachel ja hehehe könnte man mal nehmen achso Dings hast du ja noch gesagt ist auch nur ein save ne ne bar gott äh machen wir jetzt auch mal so das 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 was gar nicht auf meine temperatur geachtet hat sich was geändert hier fehlt holz nur zur info oh nein mir fehlen bäume am holz zu hacken ich leg mal noch fleisch rein ich steck mal hier fest wer 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 macht ihr denn da war nicht da nein alter ich stecke genau fest das wars ach da ist der top alles klar wie du steckst genau fest ich stecke mitten im verkehr nein äh ich stecke hier wieder in so ein fensterrahmen drinne oh oh ich wollte gerade in so ein haus hier spannen und das ward dann stecke ich hier fest und es geht blöcke und sich rum weg ich versuche gerade mhm das kennen wir ja 92 schaden ja mhm jetzt ja ich bin raus ich bin raus ohne schaden ohne schaden ich hab's geschafft ja bloß nicht bloß jetzt nicht springen weil dann kriegst du den schaden ups oh kartoninchen hat geschrien wow servos ein wunderschönen ja heute geburtstag genau hier gibt's jede menge genau das kochen renkt er ganz schnapp hier gibt's jede menge finger weg echt chef äh chef alles alles ähm echt gelb hinter dir sind klamotten oder was ja aber du darfst mich auch weiter für dich ist es überhaupt kein problem du darfst mich ruhig chef nennen das war eine vorlage sorry da kann es jetzt nichts mehr ändern das ist absolut vorkommen das war eine vorlage sorry da kann es jetzt nichts mehr ändern das ist absolut vorkommen ja passt perfekt perfekt moment wenn du der chef bist ne festen trinken medizin alles was ich so in der hand habe kann ich nur geschissen sein das ist völlig witzig ne ne dann kann ich ja jetzt immer kommen chef wann gibts dann Pause oh man ey he 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 okay irgendwas fehlt mir gerade ich weiß aber nicht was äh torches und animal fett es war schön dass es hier kleine hunde drin gibt äh animal fett ist auch hier ja da unten okay die fühlen sich aber auch verdammt gefährlich an ich mach dir den an natürlich ist hier die die kommode schon offen Richie nimmt mir meine aufgabe weg nein nein einzig was ich mache das 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 ja du hast doch mal gesagt wir sollen wir wir sollen ja gemeinsam machen mhm ach hallo wollen wir hab ich gar nicht gesehen du brennst das so für mich oder so äh was hat sich gesagt mein Gesicht brennt dann schon ja du bist halt wieder sehr äh wir haben ja schon wieder kalt ja gut dass wenn ich den draußen hab dann wird ja auch nicht kalt nicht nur das ach scheiße ich wollte eigentlich seinen anderen Arm abschlagen natürlich man muss ja nicht erwähnen dass der Stream ab 18 ist ja das ist ich würde glaube auch sagen dass wir heute definitiv 18 äh äh davor sagen immer wieder jedes zweite wort musste eigentlich sein der Stream ist heute ab 18 also wenn ich mit euch spiel und aufnehmen hab ich immer ab 18 ja ich hab generell immer ab 18 ja aber sei dahingestellt so ich brauch noch ein Level okay die sind etwas leiser warte 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 das soll natürlich kein Problem das haben wir noch das haben wir noch das haben wir noch ja gut so geht doch und dann würde ich sagen machen wir hier einen Aufgangs 4 auf Dach die 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 Vielen Dank.